Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Marktausblick. Diese Woche war es wirklich sehr, sehr ruhig. Wir haben kaum neue Impulse gesehen. Dafür gab es dann gestern neue All-Time-Heist. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video mal ein bisschen genauer angucken. Außerdem können wir jetzt endlich die Märkte shorten. Auch das werden wir uns nochmal genauer angucken und was nächste Woche für News anstehen. Nächste Woche wird er deutlich aktiver. Diese Woche war ja überhaupt nichts los, was die News-Lage anbelangt. Deswegen haben wir auch so wenig Bewegungen gesehen. Wir werden natürlich auch wieder einen Blick auf unsere laufenden Trades werfen. Zum Beispiel beim DAX und bei Gold und natürlich auch nochmal auf Bitcoin am Ende. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Außerdem ist gestern eine neue Folge von unserem Podcast online gekommen. Hört euch die gerne auf allen Streaming-Portalen an. Und nochmal eine kleine Warnung. Es gibt irgendeinen Fake-Account von mir mit 2N im Namen, der gestern einen Haufen Leute angeschrieben hat. Mich unter anderem auch. Also richtig dummer Fake-Account. Aber trotzdem wollte ich nur mal eine kleine Warnung da lassen, dass ihr da bitte drauf achtet. Ich werde niemals irgendjemanden anschreiben. Deswegen, falls euch irgendjemand anschreibt, gleich blockieren und fertig damit. So, und damit würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Wir fangen an wie immer mit dem US-Dollar. Also dem DXY. Und der hat perfekt unser Ziel erst einmal abgearbeitet. Wir haben diese Woche die Erholung weiterhin gesehen. Wir haben unsere Ineffizienz nach oben hin geschlossen. Perfekt sogar hier. Auf dem Punkt genau wurde diese Ineffizienz geschlossen. Das heißt, wir haben kein höheres Hochgebild. Das heißt, die Abwärtstendenz ist grundsätzlich immer noch da und ist auch weiterhin deutlich gegeben. Wir haben ja immer so die These aufgestellt, okay, wenn da die DXY steigt, müssen die Märkte eigentlich fallen. Nicht mehr unbedingt. Das werden wir uns dann später nochmal ein bisschen genauer angucken. Aber warum das möglicherweise jetzt auch dazu führen könnte, dass der Dollar sinkt und möglicherweise da noch die Stockmärkte, werden wir uns dann gleich im Anschluss auf jeden Fall mal ein bisschen genauer angucken. Also ich bleibe momentan noch, wie gesagt, bei dieser These. Ich bin US-Dollar weiterhin eher short eingestimmt. Hat mich jetzt hier nochmal bestätigt, indem wir hier die Ineffizienz nach oben hin gefüllt haben und eine erste kleine Gegenreaktion gefunden haben auf dem 4-Stunden-Timeframe. Auf dem Daily-Timeframe können wir uns das auch nochmal ganz kurz angucken. Hier sehen wir es genauso. Also hier, perfektes Level abgeholt. Und dann ging es jetzt erstmal so leicht nach unten. Da wird es dann eher interessant werden, wie wir uns nächste Woche dann verhalten. Wir können mal hier das FIP-Level ziehen von unserem letzten Tief bis nach oben, dass zumindest mal eine Korrektur hier in den 102er-Bereich, also 102,6-Bereich kommt. Sollten wir hier Support finden, könnte es auch sein, dass wir zumindest nochmal einen dritten Anlauf nach oben hin starten. Das heißt, wir haben dann drei Aufwärtsimpulse. Aber das müssen wir uns dann im Laufe der Woche anschauen. Gehen wir rüber zum Konkurrent Euro gegenüber dem US-Dollar derzeit. Also auch hier sind wir jetzt nach unten hin durchgefallen. Wir haben es leider nicht mehr geschafft, in das Golden Pocket nach oben hin reinzukommen. Das war ja eigentlich der Plan, dass wir hier nochmal so einen kleinen Aufwärtskanal bilden. Die XY hat sich es ein bisschen anders überlegt und hat den Euro erst einmal ein bisschen nach unten hingeschickt. Deswegen hier leider kein Trade diese Woche zustande gekommen. Leider hat das Golden Pocket nicht mehr erreicht. Hier jetzt erstmal ein bisschen leichter Korrektur-Modus. Kann sich aber jetzt, wie gesagt, im Laufe der Woche ändern, wenn wir davon ausgehen, dass der DXY jetzt nochmal eine deutliche Korrektur sieht, dass wir beim Euro dann wieder etwas Aufwind kriegen. Wobei mir hier dieses kleine Loch hier unten noch nicht so wirklich gefällt. Wenn wir uns das mal im 4-Stunden-Timefilm angucken, seht ihr vielleicht auch, was ich meine. Also wir haben hier schon noch so eine kleine Lücke, die es auf jeden Fall zu stopfen gilt. Also diesen Bereich hier unten möglicherweise, dass wir uns hier irgendwo im Laufe der Woche nochmal an diese grüne Box bewegen und dann erst von unten dann zumindest versuchen, hier wieder in Richtung 1,10 Euro, 1,11 Euro nach oben hin vorzustoßen. Also hier für mich weiterhin überhaupt nichts Tradebares. Da warten wir jetzt erstmal ein bisschen genauer ab. So, dann gehen wir jetzt aber rüber zu den Stockmärkten und wir fangen an mit dem Wichtigsten. Und das ist der S&P 500. Wir haben es nach wochenlangen hin und her endlich geschafft, hier ein All-Time-High hinzulegen. Und ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, ich habe es diese Woche schon mal im Video darüber gesagt. Wir haben hier das FIP-Level gezogen, von uns zum Tief, zu unserem Hoch. Wir sind perfekt, jetzt aber perfekt ins Golden Pocket reingekommen auf einen 4-Stunden-Timefilm. Wir haben nicht drunter geschlossen. Dieser Impuls hat ausgereicht, um ein neues All-Time-High zu bilden. Und damit hätten wir jetzt an allen Stockmärkten, beim Nasdaq, beim Dow Jones und jetzt auch beim S&P 500, unser All-Time-High erreicht. Und darauf haben wir eben die ganze Zeit noch gewartet, dass zumindest noch der S&P 500 sein All-Time-High erreicht, nachdem es die anderen zwei schon längst erreicht hatten. Und wir deswegen dann auch erstmal gesagt haben, wir shorten hier nicht. Jetzt gucken wir uns hier das Volumen an, das momentan auf Daily-Sicht sehr, sehr stark ist. Auch im 4-Stunden-Timefilm natürlich neues All-Time-High. Da geht nochmal ein bisschen mehr Kaufvolumen rein. Aber das ist für mich jetzt ganz ehrlich langsam ein Zeichen, um hier möglicherweise ein Short raufzubeschwören oder zumindest langsam hier mal anzusetzen. Mir wäre es lieber gewesen, wenn dieses All-Time-High am Montag gekommen wäre. Da hätten wir hier nochmal so einen kleinen Falls-Move Monday haben können. Da sagen wir, die Märkte schießen nochmal drüber und dann kommt die Korrektur. Wir müssen jetzt hier am Montag extrem vorsichtig sein. Sollte jetzt am Montag schon die erste Korrektur kommen, glaube ich nicht, dass es das schon war, sondern das wird uns dann hier nochmal in Richtung Doppeltop bewegen und dann erst auf jeden Fall die Korrektur sehen. Ich werde das jetzt auf jeden Fall jeden Tag etwas genauer beobachten, weil darauf habe ich jetzt wie gesagt lange genug gewartet. Also seit wir hier im Endeffekt schon Mitte Dezember waren, habe ich hier darauf gewartet, dass hier früher oder später mal ein All-Time-High kommt. Wir haben es jetzt endlich mal geschafft. Und das ist für mich jetzt ehrlich gesagt der Impuls, um hier möglicherweise langsam reinzuschorten. Wir können uns mal ganz kurz, wenn wir jetzt gerade hier schon dabei sind, mal ganz kurz das Öl angucken. Da haben wir ja gesagt, okay, werfen wir immer mal wieder einen Blick darauf. Gehen wir aber mal in den Daily-Time-Film. Hier haben wir nämlich erst einmal ein bisschen Support gefunden. Ich bleibe aber dabei, sobald wir hier drunter brechen. Also es ist wirklich die Langfristprognose, sobald wir hier drunter brechen, sieht es böse aus für die Wirtschaft in den USA. Wir haben aber auch hier noch keine Trendwende erlebt. Das ist der nächste Punkt. Das heißt, beim Öl sind wir immer noch ziemlich an der Grenze. Das heißt, wir müssen hier erstmal über 78 Dollar pro Barrel, um hier wirklich eine nachhaltige Trendwende zu sehen. Momentan ist das hier eher eine Konsolidierungsphase. Spricht auch dafür, dass möglicherweise wir nächste Woche vielleicht auch dort erstmal einen Abverkauf sehen. Und dann auch hier beim, wie gesagt, beim S&P 500, dass wir dann hier auch unsere Korrektur reinkriegen. Das heißt, momentan bin ich hier noch nicht short. Ich werde hier auch noch nicht short gehen. Ich warte hier ganz bewusst den Montag-Dienstag ab. Wie bewegen wir uns hier? Kriegen wir hier irgendwelche News rein? Kann ich euch schon mal spoilern. Montag, Dienstag, Mittwoch ist es verdammt ruhig. Donnerstag und Freitag wird dann wieder deutlich interessanter. Werden wir uns das aber gleich nochmal ein bisschen genauer angucken. Das heißt, Montag für mich noch kein Short-Tag. Ab Dienstag werden wir hier versuchen. Je nachdem, wie die Konstellation ist, es kann nämlich auch gut sein, dass wir, wie gesagt, hier nochmal kurz ins Golden Pocket reinkommen. Das heißt, wir ziehen hier den Strich nochmal ein bisschen tiefer, damit die Aufwärtsbewegung hier nochmal bestätigt ist. Und dass wir dann versuchen, hier mit einem Wig nochmal drüber nochmal ein neues All-Time-High zu setzen und dann erst die Korrektur nach unten hinkriegen. Und ihr wisst, das Ziel liegt hier bei grob 4 bis 5 Prozent dieser Korrektur, was ich gerne mitnehmen würde. Heißt natürlich auch, Nasdaq auch hier neues All-Time-High. Nachdem S&P 500 noch ein bisschen gedauert hat, hätten wir die Analyse sowieso in die Tonne treten können. Erst einmal, also auch hier haben wir ein neues All-Time-High erreicht. Der Nasdaq pumpt, hier warte ich gegebenenfalls genauso ab wie beim S&P 500. Also solange wir hier noch kein eindeutiges Anzeichen haben, wir hatten hier schon ein bearishes Chart-Pattern gehabt, sind nach unten hin durchgebrochen, Markt hat sich aber nicht unterkriegen lassen und ist weiterhin nach oben gepumpt. Volumen auch wieder leicht am Ansteigen. Also auch hier bin ich momentan derzeit noch nicht bereit für einen Short hier einzugehen. Da fehlen mir irgendwie noch ein bisschen die Parameter. Natürlich S&P 500 All-Time-High, wir haben überall die All-Time-Highs. Normalerweise müsste langsam aber sicher eben diese Korrektur kommen. Ich würde aber an eurer Stelle einfach noch ein bisschen abwarten, bis sich das Ganze erstmal ein bisschen gesenkt hat oder bis wir hier langsam aber dann auch irgendwie Anzeichen dafür haben. Weil momentan das Volumen spricht überhaupt noch nicht für einen Short. Wir haben überhaupt keine Divergenzen, die es momentan hier auf den kleineren Timeframes gibt. Das heißt, hier müssen wir weiterhin erstmal abwarten. Das gleiche Spiel auch beim Dow Jones, nachdem wir hier unser Head & Shoulders Chart-Pattern hatten. Auch hier wieder neues Hochgesetz, also auch das können wir jetzt erstmal in die Tonne treten. Für mich auch damit dann dieses Pattern erstmal vom Tisch. Wir bilden hier ehrlich gesagt eher so eine leichte Seitwärtsphase. Seitwärtsphase, sobald wir hier nach oben durchbrechen, kann auch hier der Dow Jones nochmal das nächste Leg-Up nach oben machen. Aber auch hier haben wir gestern ein neues All-Time-High bekommen. Plus, wir haben sogar noch über dem letzten All-Time-High geschlossen. Das heißt, auch hier überhaupt nichts, was momentan für irgendwie einen Short spricht. Auch hier gilt es erstmal abzuwarten. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz zu den News, die nächste Woche anstehen. Also Montag absolut ruhig, Dienstag überhaupt keine News, Mittwoch, Einkaufsmanager-Index, weiß ich nicht, kann man mal drauf schauen. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht das Wichtigste vom ganzen Tage. Am Donnerstag dann aber dafür das Bruttoinlandsprodukt. Was haben wir noch? Erstenträge, Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe, Konsumentenausgaben bzw. Konsumausgaben, Verkäufe neuer Häuser etc. Also Donnerstag sieht relativ viel an, könnte dann möglicherweise sogar für einen Short genutzt werden. Das heißt, für mich weiterhin eher so Dienstag, Mittwoch, wo wir uns einen Short überlegen könnten. Und dann möglicherweise vor Donnerstag 14.30 Uhr dann mindestens in diesem Short drin sein sollten. Am Freitag kommen dann noch die ganzen PCI-Daten. Also auch da wird es dann spannend. Und in elf Tagen ist es dann, also übernächste Woche ist es dann auch schon wieder so weit, Fettzinsentscheid. Wobei momentan diese Seite komischerweise irgendwie nicht liest, keine Ahnung warum. Aber auch da sollte es keine Überraschungen geben. Wir haben erhöhte Inflationsdaten wieder. Das heißt, normalerweise ist eingepreist, dass die Zinsen genauso bleiben, wie sie sollten. Erst im März wird dann überhaupt mal vielleicht damit gerechnet, dass die Zinsen möglicherweise sinken sollten. Heißt, wir warten jetzt hier erstmal ein bisschen genauer ab. Zumindest Dienstag, Mittwoch. Montag mache ich gar nichts hier. Dienstag, Mittwoch werde ich euch dann wie gesagt in den Videos dann, die sowieso täglich kommen, dann auf dem Laufenden halten. So, jetzt gehen wir zum DAX rüber, weil da läuft unser Short weiterhin. Also auch da muss man aber ehrlicherweise sagen, die Bewegung ist klar nach unten. Also wir haben hier einen intakten Abwärtstrend momentan. Wir bilden tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Der Short läuft mit zwei Take Profits. Unser Stop Loss liegt derzeit hier oben bei 16.700 US-Dollar. Also hier oben liegt der Short. Das heißt, wir haben hier zwei Take Profits mittlerweile erreicht. Den lassen wir auch erstmal noch laufen, bis er entweder in Stop Loss rennt oder unser Ritter Take Profit hier unten bei 16.000 Punkten erreicht wird. Also hier überhaupt nichts geändert. Können wir im Endeffekt auch erstmal sein lassen. Mich wundert es nur, der DAX, wobei wir das ja auch in der Vergangenheit immer mal schon hatten, die Aktienmärkte oder die Stockmärkte in den USA, extrem nach oben hingepumpt. DAX dann etwas schwächer und DAX hat danach gezogen. Also es kann sein, dass das noch kommt. Trotzdem für mich momentan, trotzdem Short, den wir offen haben, ist mir jetzt das Risiko zu hoch, hier irgendwie noch eine Long-Position reinzuwagen. Für mich ist einfach hier auch der Korrekturmodus angesagt. Deutschland geht es nicht gut. Weltweit könnte es jetzt erstmal eine kurze Schlappe geben. Und dann können wir möglicherweise Mitte des Jahres, passt dann vielleicht auch zum Halving bei Bitcoin. Wer weiß das schon. Dann auch möglicherweise mit steigenden Kursen wieder rechnen. Also hier erstmal unverändert. Gehen wir rüber zu Gold. Hier auch erstmal nichts verändert. Wir haben zwei Take Profits erreicht. Hier warte ich immer noch darauf, dass wir zumindest mal noch hier unten diese Ineffizienz schließen, damit wir hier unsere Gold-Long-Position nochmal verdoppeln können. Und solange wir hier erstmal noch kein höheres Hoch mehr bilden, das heißt von dieser Abwärtsbewegung hier oben, da sind wir jetzt eh schon im Golden Pocket angekommen, gehe ich davon aus, dass dieser Preisbereich auf jeden Fall noch nach unten hin erreicht wird. Das heißt hier unten 1.900, ja komm mach mal 2.000 Dollar. Es lässt sich einfacher merken, mach mal bei 2.000 Dollar wird die Position mit dem dritten Take Profit dann genommen. Und dann werden wir auf jeden Fall hier unten auch unsere Position von unserem Long verdoppeln. Das heißt unser neuer Entry sollte dann hier bei ungefähr 1.950 US-Dollar sein. Über dem Golden Pocket, aber gut, damit müssen wir jetzt erstmal rechnen. Und ansonsten gibt es hier erstmal wenig zu sagen. So, dann gehen wir rüber zu Bitcoin. Wie sieht es da aus? Nachdem wir hier die Woche oder nachdem der ETF gelauncht wurde, ging es ja deutlich nach Ab. Da hatten wir in erster Linie so eine leichte Konsolidierungsphase, bevor es jetzt dann gestern und vorgestern nochmal deutlich nach unten ging. Wir haben den WIC geholt, das heißt diese Zone hier unten um 40.300 US-Dollar wurde deutlich, deutlich abgeholt. Auch ein schöner Impuls nach oben. Daraufhin auch die Ineffizienz nach oben hin hier noch nicht ganz gefüllt. Also hier haben wir noch ein bisschen Potenzial zumindest übers Wochenende nochmal kurz anzusteigen. Ich gehe aber davon aus und dafür machen wir jetzt mal ganz kurz die Vector Candles an. Weil wir hier unten eine schöne fette Vector Candle gebildet haben, dass die Liquidität, vor allem wenn wir uns das mal auf dem Daily angucken, wir sehen hier mittlerweile, ich mache nochmal einen Indikator aus. Wo haben wir? Wo haben wir? So, jetzt aber. Wir haben hier so dermaßen viele WICs. Wir haben hier unten noch einen bei knapp 40.200. Wir hatten jetzt den bei 40.300. Jetzt haben wir hier nochmal einen bei 40.300 US-Dollar hingelegt. Mit sehr, sehr viel Kaufvolumen. Sehen wir auch hier das Volumen an dieser Stelle wieder sehr, sehr stark gehittet. Deswegen vermute ich, dass vor allem hier drunter und hier drunter noch eine Menge Liquidität liegt. Das bedeutet für uns, alle die jetzt gestern nicht long sein konnten, so wie ich, weil ich gestern einen fucking Termin hatte einfach noch abends, für die besteht noch eine Chance. Der Rest sollte im Laufe dieser Woche, haben wir es ja oft genug angesprochen, dass vor allem diese Zone hier unten einfach die Longzone ist. Dieser WIC war wichtig. Also wer hier long gemacht hat, nehmt auch einen ersten oder zweiten Take Profit. Lasst das Ding auf Stop-Loss Entry laufen. Für alle, die jetzt wie gesagt noch keine Position offen haben, die nächste Chance sollte kommen. Wahrscheinlich sogar dann kurzzeitig unter 40.000 US-Dollar. Ich rechne hier eher so in Richtung 39.800. Und dann sollte die Erholung erst einmal kommen. Die Frage ist dann, wie hoch diese Erholung sein wird oder wie hoch wir es überhaupt da noch schaffen sollten. Nach jetzigem Stand würde es bedeuten, okay, Golden Pocket hier oben bei knapp 45.600 US-Dollar. Und wir würden perfekt hier oben mit eben der Ineffizienz abschließen. Und dann, wie gesagt, nächste Korrektur. Ich bleibe dabei, über längere Zeit, dass wir hier nochmal locker Richtung 38 oder sogar nochmal deutlich tiefer gehen. Also nächste Longposition auch hier geplant bei 39.800 und 39.900 US-Dollar. Ineffizienz geschlossen. Wirklich alle WICs dann endlich abgearbeitet. Plus wir hatten hier noch eine schöne vier Stunden die Mahnzone, die hier auch noch reinkommt. Und ansonsten, wie gesagt, war es das für das heutige Video. Gab ein bisschen was zu besprechen. Vor allem eben die Stockmärkte nächste Woche interessant. Und eine neue potenzielle Longposition bei Bitcoin. Gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns morgen früh wieder. Bitcoin Update. Morgen gibt es auch wieder einen kleinen Altcoin. Und ansonsten war es das von meiner Stelle. Ich wünsche euch noch mal ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Startet gut und erfolgreich in den Tag. Like da lassen. Abo da lassen. Telegram-Gruppe join. Und bis morgen dann. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay cool.